Also gut, wir haben jetzt hier noch mal, ist das hier? Hm, das willst du nix? Warte mal! Okay, nein, das war fail! Warte mal! 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 Jetzt kann er mich nehmen, jetzt ist es fertig! Warte mal! Auf Next Gen Level! Ach, und schon fertig, cool! Okay, das war jetzt ein bisschen schwierigerer Part. Man muss wirklich zugeben, es war nicht gerade leicht. Und hier gibt es noch... Ja! Zu meiner Mer... Das ist noch eine Ader oder so! Oh mein, die Gitt, die Gitt! Das ist eine Eiterbeule! Was haben denn die Macher hier von dem Spiel gesagt? Wollen wir einen Menschen im Körper bilden oder was? Das ist echt nicht mal schön hier, nicht mehr ein friedlicher Spiel, das ist immer noch eklig! Bäh! Ah! Sorry, aber die Idee ist geil und alles, aber ein paar Sachen sind schon ein bisschen nicht schön. Ah, guck mal, der Zug! Ein Zug, der die Welt für mich ist auch ein bisschen komisch, das ist ja nicht mehr ganz so neu. Okay, da hin müssen wir! Okay, wir haben immer noch live hier, Extended Version... Oh nein, das war nicht so cool! Oha, so ein Cybergedöns! Das sind immer die Kleinen hier! Okay, die kommen jetzt... Hey du! Kröle! Kröle! Was willst denn du, hä? Ach du Scheiße! Nein, ich will nicht runterfliegen! Dann? Ich will nicht... Ich will nicht die, die die sind da hinten! Das müssen wir nie hinbekommen, aber die hinbekommen! Ja! Ha! Da! Ah! Ja! Nein! Du bist! Ah! Da! Ja! Da! Gedeut! Ich will nicht nur mit der nächste Zeit, da! Okay, da kommen wir auch so nicht ran. Aha, einiges klarer. Aber wir wissen jetzt zumindest, wie wir das machen müssen. Nicht mehr so hochkommen. Sondern so. Nein. Die Leerttaste muss ich mal ein paar Mal mehr drücken. Ansonsten gibt es die Theorie funktioniert. In der Praxis. Äh, in der Theorie, nicht in der Praxis. Es hat funktioniert, es hat funktioniert, obwohl es scheiße war. Ach, fucking scheiß Herz. Okay, nein. Vollig fail, fail, fail. Es war, es hätte funktioniert. Aber nein. Der Typ im Video muss ich da völlig den Scheiß machen. Okay, noch ein bisschen länger. Dann funktioniert das Zeug. Länger warten muss man. Okay, haben wir geschafft. Den Trick kann man jetzt raus, wie man das macht. Hallo, ich habe eigentlich C gedrückt, aber... Ah, man muss genau in der Mitte stehen. Okay. Das Ding geht auf. 700. Können wir uns die Leute ableisten? Ab, ab, ableisten. Wollte ich schon sagen. Ich habe es auch gesagt. Hm. Wir gehen von links nach rechts. Okay, gut. Auch schön. Zack, Bombe. Flomp. Und... Na, oben. Oben sind wir. Äh, wo ist denn die Schnauze? Und, oder was? Das funktioniert nicht. Wir müssen so. Ist auch scheißegal. Komm, wir gehen mal rein hier in die schöne Bude. Sehr schöne Behausung hier. Man muss es wirklich sagen. Very interesting and nice. Okay, das können wir nicht zerstören. Grinse-Katze. Grinse-Katze. Manche merken es nicht, wenn sie es tun. Manche wollen einfach nicht. Wie jetzt? Achso, wieder Schach spielen. Der ist irgendwie da größer geworden. Hei. Beide. So. Und... ... Hey, geil, kommt noch eins bitte, 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 okay, haben wir das Schach geschafft, wieder ein nächstes, ey, wir schaffen ja Schach nach Schach, das ist irgendwie geil, ach hier wird schon die nächste Tür aufgehen, ihr seht, wenn das Licht angeht, tschüss, Alice, bye, bye, und nun eine Zusequenz, Feuer, Katze, ein Mann, Schlüsselklauen, Wer war das, die Schlüssel, der Mann, des Schlüssels, ein Ladevorgang, wohin er aufführt, ich geh mit, ah, okay, war eine coole Zwiesensequenz, das mit dem Feuer des Todes, naja, nicht so meins, aber man kann ja auch betreiben, Da sind sie immer noch in den Klauen des Verderbens, ey, wieso, wo ist die Schnauze, ich suche nicht mal die Schnauze, sie sind so blöde, das ist wirklich ein bisschen zu kacke hier, okay, wieder zieh, Stelle dich dem, was dich ängstigt oder verletzt, rücksichtslose oder beleidigende Rede darf nie akzeptiert werden, Nein! Blöde! So, noch einmal, noch einmal, Flump! Den geh mal auf den Senkel, ey! Und dann unten! Okay, da gehst du zum Tod, da geh mal lang, Woah! Okay, wir lassen hier den Modus Ach scheiße, da ist er noch der Ach scheiße, da ist er noch der Aaaaah Dammit Back, 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 back Nein, überramt, überramt, weg, 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 weg Oh cool, zwei, zwei, drei, ich habe nicht so ganz geredet, dafür aber ein bisschen mehr auf Ach, schau mal an Essen spielt in deinen Träumen eine wichtige Rolle, Alice, Kuchen insbesondere, hast vermutlich keine Nachtisch verschmäht, Tee auch nicht, wenn es Kuchen dazu gab Und nun, was soll man da aus lernen, mehr Kuchen essen oder was Jetzt gibt es noch Kuchen, jetzt müssen wir noch Ach, Labyrinth, oha Na dann Hallo Ich bin's, Gregor Ja, du auch hier Ja, hallo Was stimmt mit ihm zu pläuern Dann über den anderen wiegen, wenn er so will Oh, Krähen, das haben wir in diesem Spiel noch wirklich gar nicht gehabt Das ist neu Was, müssen wir einfach nur ihn ummetzen und dann ist fertig oder was Hä Ja, schießen wir nach unten Ach, so ein eiserner Behind ist noch da Ja Ihr seht, ich bin beschäftigt, lieber Leute Wenn's dann wieder weitergeht Also in der nächsten Folge Nein, es war wirklich mal wieder schön mit euch zu spielen Hier das Spiel Ähm, es ist gerade eine scheiß Sache hier Wirklich Man muss jetzt mal Mal die Rose rot an Okay Nein Es ist Scheiße, schwierig Und wir sehen uns an der nächsten Episode Tschüss, bis zum nächsten Mal 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 Tschüss, bis zum nächsten Mal